Juhu, wir gehen auf den Reiterhof. Ich reite auf einem Pony. Steigt ein, Kinder, dann können wir los. Okay. Und los geht's. Juhu. Schön ruhig, schön ruhig. Hier ist es aber schön. Ja, Mama. Oh, hallo, guten Tag. Hallo, ich möchte auf einem Pony reiten. So, das Auto ist geparkt. Guten Tag. Hallo. Wollt ihr euch zuerst mal den Reiterhof ansehen? Ja. Das ist Silber, unser Rennpferd. Sie hat schon viele Pokale gewonnen. Diese Stute ist allerdings sehr temperamentvoll. Wow, das ist ja cool. Das ist Mocker. Aus ihm wird auch mal ein Rennpferd. Das sind aber schöne Pferde. Und das ist Hazel. Auf diesem Pony dürfen die Kinder reiten. Oh, hallo, Hazel. Darf ich zuerst reiten? Klar. Dein Bruder hat sicher nichts dagegen. Juhu. Aber vorher muss ich dir einige Dinge erklären. Hör bitte aufmerksam zu. Okay? Okay. Babys reiten auf Ponys. Ich will auf diesem Pferd reiten. Also, wir nähern uns dem Pferd nie von hinten. Denn das Pferd könnte sich erschrecken. Oh, wie schön. Ich werde auf dir reiten. Die Hürde ist im Weg. Ich muss da rüber. Aua. Hey, was soll denn das? Zum Glück hat's nicht sehr wehgetan. Ich versuche es nochmal. Hallo, Hazel. Ja, du musst zu dem Pferd freundlich sein. Jetzt sag ich dir, wie du aufsteigen musst. Von der linken Seite. Okay. Steig mit dem linken Fuß in den Steigbügel. Und jetzt? Jetzt drückst du dich mit deinem linken Bein hoch und setzt dich aufs Pferd. Hopp, ich hab's geschafft. Gut gemacht, Peppa. Bravo, Peppa. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ich will doch nur auf dir reiten. Ich rutsche runter. Ich versuche es nochmal. Na also, geht doch. Also, Kleine. Wenn sich das Pony in Bewegung setzt, musst du versuchen, dich den Bewegungen des Ponys anzupassen. Alles klar. Ja, ich werde es versuchen. Na dann, versuchen wir es mal. Halte die Zügel gut fest und drück deine Beine an den Körper des Pferdes. Los geht's. Ich kann reiten. Gut machst du das. Prima, weiter so. Los, ich will reiten. Los. Na, los. Hör. Hilfe. Baba. So, helft mir doch. Schorsch. Oh je. Oh je. Hey. Zieh fest an den Zügeln. Auweia. Und jetzt? So, helft mir doch. Ah. Schorsch. So ne Mann. Zieh an den Zügeln. Zieh an den Zügeln. Silber. Brrr. Ah. Bleib stehen. Autsch. Oh je, Schorsch. Geht's dir gut? Mama. So ne Mann. Tut dir was weh? Geht's dir gut, Kleiner? Äh. Ich hatte solche Angst, Mama. Mein armer Schatz. Er hat sich wohl nicht verletzt. Ja, zum Glück. Ach, Silber. Ach, Schorsch. Der Mann hat doch gesagt, dass Silber sehr temperamentvoll ist. Wir sollten lieber gehen. Ich hätte gern noch mehr Zeit mit dir verbracht. Papa, geht's Schorsch gut? Ja, Peppa. Gehen wir. Okay. Tschüss, Hazel. Zum Glück. Zum Glück.